Ja Freunde, wir sind hier am wunderschönen Thunersee im Berner Oberland, in der wunderschönen Schweiz. Es ist einfach ein Träumchen hier im Berner Oberland, rundherum die Berge, also richtig schön und wir sind auf der linken Seite vom Thunersee. Das ist der schönen, da haben wir noch ein Schlösschen und dann geht es dort vorne an die Ämelschlucht und wir geniessen es hier in der schönen Schweiz. Und wir nehmen jetzt hier ein kleines Käfchen. Tschau zäme! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020